Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Heute willkommen nicht nur beim Tele-Stammtisch, nein auch beim Tele-Sacktisch. Denn heute besprechen wir Maxine, den dritten Teil der Reihe von Thai West nach X und Pearl haben wir nur eine Maxine. Der startet am 4.7. in den deutschen Kinos, ist ab 18 Jahren und dauert ungefähr 104 Minuten. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, das mache ich natürlich nicht alleine, denn das wäre relativ dumm. Und ich habe mir da einfach den größten Pornostar, den ich kenne, mit zu eingeladen, nämlich Stu. Hi Stu. Hallo, ich konnte mich von meiner Verpflichtung eben losreißen, aber ich habe mir Arbeit und mir nach Hause gebracht. Das heißt, wenn ich gleich stumm geschaltet bin, ihr wisst warum. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, auch für Film brauchen wir natürlich auch jemanden Schobes. Und da ist mir nur einer eingefallen, nämlich unser Filmsternchen Rino. Grüß dich. Hallo, hallo, guten Abend. Ich habe den roten Teppich quasi hier direkt mit dabei. Und wir drei... Blutrot! Wir drei haben uns dir Maxine angeguckt letzte Woche. Und ich fange einfach mal mit einer ganz normalen Startfrage ein. Ihr kanntet alle beide aber schon die Vorgänger. Ja. Welche Vorgänger? Axe und Pearl. Äh, ja. Achso. Ja, die habe ich beide gesehen tatsächlich. Axe und Pearl habe ich gesehen, ja. Und vorweg würdet ihr sagen, man muss die beiden gesehen haben, um den Film in Gänze genießen zu können? Da hätte ich jetzt tatsächlich einen von meinen Mitpressevorführungsleuten fragen können, weil der vorhin irgendwie bemerkbar gemacht hatte, dass er die davor nicht gesehen hatte. Äh, ich würde sagen, schon. Ja, doch, doch. Doch, sollte man. Sonst ist zumindest wichtige Teile, muss man, muss man schon wissen. Ja, also ich glaube, dass man mit dem Film auch seinen Spaß haben kann, wenn man Pearl und Axe nicht gesehen hat. Aber es gibt durchaus ein paar Aspekte an dem Film, die sich erst dann voll entfalten können, wenn man weiß, was da im Vorfeld passiert ist. Und vielleicht auch, was der Regisseur davor auch erzählt hat und wie er es erzählt hat. Äh, deswegen, ja, es wäre schon vorteilhaft, aber ich glaube, man kann halt auch eine gute Zeit mit dem Film haben, wenn man die Vorgänge nicht gesehen habe. Aber ich würde wirklich auch empfehlen, äh, Pearl und Axe zu gucken. Also ich würde auch empfehlen, auf jeden Fall Axe sich nochmal anzugucken, weil der schließt ja direkt ungefähr fünf, sechs Jahre direkt danach an. Und es geht ja um die gleichnamige Figur, ziehen Minks auch aus dem ersten Teil. Ich glaube, das ist schon von Vorteil. Pearl ist ja auch nur ein Prequel, auch zu Axe. Ich glaube, das ist dann nicht so unbedingt wichtig. Oder wie seht ihr das dann in dem Zusammenhang? Wichtig, essentiell wichtig? Nein, würde ich nicht sagen. Aber da sind so viele kleine Sachen, die nicht nur visuell, sondern auch inhaltlich so ein bisschen drauf hinzeigen, immer die ganze Zeit wieder. Und so kleine, subtile Zitate, seien es von Shots oder von Zeilen, die die Schauspieler sagen. Das, das gibt schon, das gibt schon nochmal eine Extraebene, würde ich sagen, wenn man, wenn man auch Pearl gesehen hat. Ja, total. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist, glaube ich, wenn man Axe nicht gesehen hat, ist es, na, schade. Aber ich finde gerade mit dem Vergleich Maxine und Pearl gibt es einige Parallelen, gerade eben, was die Figur angeht, die ja von derselben Schauspielerin Mia Goff gespielt wird, aber halt eben zwei unterschiedliche Figuren sind, die aber dann noch echt gewisse Ähnlichkeiten haben. Also ich finde das wirklich mit eines der spannendsten Sachen an dieser ganzen Trilogie, diese Gegenüberstellung, vor allem halt eben von Pearl und von Maxine jetzt. Gut, dass du es schon mal Mia Goff ansprichst, bevor wir jetzt in den Film gleich starten wollen. Nochmal eine Hintergrundinfo sozusagen hier, Tele-Stammtisch Marat. Ihr habt das bestimmt auch gelesen, irgendwann hat TMZ berichtet, dass Mia Goff angeblich ein Hintergrunddarsteller während eines Takes absichtlich gegen den Kopf getreten hat. Und der musste dann halt noch eine Verschwiegenheitsklausel und alles mögliche unterschreiben. Habt ihr davon noch was mitgekriegt? Habe ich was mitbekommen und als ich jetzt den Film gesehen habe, glaube ich auch zu wissen, bei welcher Szene das passiert ist. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie was an meiner Meinung zu Miss Goff geändert hätte. Also ich, weil TMZ ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass es die verlässlichste Credle ist und wer weiß, was da wirklich passiert ist. Und ja, von daher ist das okay. Also ich möchte es nicht begrüßen, einfach so Leuten gegen den Kopf zu treten. Aber ich sehe aktuell keinen Grund dafür, dass diese Schlagzeile irgendetwas ändern sollte, wie ich zu Frau Goff stehe, die mich immer noch angerufen hat. Also während des Drehs soll sie den getreten haben? Zwischen den Aufnahmen. Während eines Takes heißt es. Zwischen den Aufnahmen? Er ist angeblich einer von den Leuten, die auf dem Boden liegen und da soll sie ihm wohl gegen den Kopf getreten haben. Seiner Meinung nach auch halt mit Absicht. Aber wie du schon sagst, Tim, sie ist so vergleichbar mit der Bild-Zeitung in Deutschland. Es muss nicht alles immer richtig sein, es muss nur sich wichtig anhören und dann sind das die Leute. Es ist immer noch nicht so schlimm, wie Frau Goff im Film zutritt, glücklicherweise. Das wollte ich nur mal abgehakt haben, nicht, dass einer sagt, dass wir das gar nicht mit auf dem Schirm hatten. Aber jetzt kommen wir viel zum wichtigeren Thema, nämlich zum Film. Und mir wurde gesagt, ich darf mir einfach aussuchen, wer das erzählt. Ich bin dafür, weil das höre ich selten, dass du eine Zusammenfassung machst. Da möchte ich gerne mal hören. Um was geht es in den Films, du? Also ich habe ja eine Zusammenfassung parat, die von Rino geschrieben wurde. Deswegen ist es nicht meine Schuld, wenn irgendwas fehlt. Wie schon bereits erwähnt, wir sind so ein paar Jährchen nach den Ereignissen von X. Die Schauspielerin Mia Minks versucht sich in Hollywood zu behaupten. Ihre Miete bezahlt sie aber noch durch Pornoauftritte. Aber sie hat jetzt einen Agenten gefunden und der scheint es wirklich zu schaffen, dass sie eine Rolle bekommt. Und beim Vorsprechen kann sie für den Horrorfilm The Puritan 2 tatsächlich die, ich würde sagen, zweite weibliche Hauptrolle für sich verbuchen. Eigentlich ein Grund zur Freude. Es gibt da allerdings ein Problem, ein seltsamer Privatdetektiv, gespielt von Kevin Bacon, ist dir da auf der Spur und scheint sie zu erpressen. Und dann gibt es da noch so einen Killer, der am liebsten in schwarzem Leder bekleidet, ja, die arme Maxine Minks, was ist der Name, ihr auch hinterherstalkt und dabei sogar das ein oder andere Blutopfer verlangt. So würde ich den Film jetzt beschreiben. Also Rino hat das so drauf geschrieben. Genau so habe ich das geschrieben. Genauso steht es hier vor mir in Notepad, inklusive dem Versprecher bei Maxine Minks. Genau, genau. Ich bin, ich bin, ich bin absolut schwer bei einem. Der Oscar ist dir, also, wenn der Oscar, dann der Venus. Dann dir Venus sofort. Das ist locker. Das wäre dann eine Triple-Boy-Szene, oder? Jetzt gehen wir jetzt eingemacht. Ja, ja. Ich habe, das erinnert mich gestern an meinen, meinen Watch-Up von Challengers, aber okay. Ach, komm. Wir sollten weiter mit dem Versprecher machen. Der Film lebt ja eigentlich, finde ich, ganz groß von seinem ganzen Feeling. Und das ist ja alles im großartigen 80er-Look angehaucht oder angehaucht, durchdrängend. Und ich finde gerade das Szenenbild, die Kostüme und die Songs, die ziehen einen so richtig in diesen ganzen Sog rein. Und ja, ich bin, wie ich jetzt ja auch weiß, ihr auch, ein Kind der 80er. Hat euch das auch so richtig schön in eure VS-Zeit mit abgeholt? Rino. Ja klar, natürlich Hollywood, Hollywood der 80er, da bin ich aufgewachsen. Nee, man wird ja eigentlich denken, dass das Retro-80er-Ding jetzt so langsam echt mal ausgelutscht ist. Aber irgendwie schafft es dieser Film, das nochmal so ein bisschen frisch zu präsentieren. Vor allem, weil es halt auch ein Twist ist, den wir so zumindest im Kino und im Fernsehen nicht unbedingt, glaube ich, schon genauso gesehen haben. Also es hat noch diesen Seedy-Underbelly, dieses Verruchte, das dreckige, schmutzige, neben dem Neon. Das kommt schon echt gut hier. Also es ist auch echt super rübergebracht. Und man merkt es auch im Lighting und wenn man aufs Technische geht, haben die das bestimmt auch auf irgendwelchen Original-80er-Jahre-Film-Stock gedreht oder so. Keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall so aus. Bist du? Ja, also dieses Look und Feel der 80s bekommt der gut hin, ohne dabei aber jetzt zu sehr auf so Nostalgiewelle zu schwimmen. Also ich finde, das ist zwar klar, es ist ein Blick in die Vergangenheit und auch ein verschönerter Blick, also so wie wir uns die 80er-Jahre vorstellen. Aber es wirkt dabei halt nicht so aufgesetzt, also es wirkt nicht so wie, guck mal da hinten, wisst ihr noch, wie damals in 80 Jahren, das seht ihr da hinten in der Ecke. Das ist es nicht. Also ich finde, da macht einen echt guten Job, mich als Zuschauer in diese Welt zu verfrachten, ohne mir aber ständig sagen zu wollen, wie geil ist das. Ja, definitiv. Also ich sehe auch eher diesen 80er-Blick, wie du schon sagst, verschönigt. Also es ist eher so ein filmischer 80er-Jahre-Blick. Also ich glaube auch nicht, dass Hollywood in den 80ern so aussah. Oder wenn man an die 90er-Jahre denkt, dann würde man necken, dass wir drei mit Buffalo-Schuhen da die ganze Zeit rumgedanzt hätten zu Scooter. Aber die Wahrheit sieht ja anders aus. Du nicht? Bei zwei von... Aber auch nochmal zu Rinos-Dingen hier mit den, wie sie wahrscheinlich gearbeitet haben. Also es ist verbrieft, die haben auch mit alten Kameras gearbeitet aus den 80er-Jahren und ohne Tricks. Ja, guck. Das habe ich jetzt einfach aus dem Handgelenk geraten. Und ich finde, das fällt auch ein bisschen auf. Das Einzige, was ich noch gerne gehabt hätte, da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, da hatte ich nämlich auch noch mit einer Kollegin von uns ein kurzes Gespräch danach. Ich finde, er ist an einigen Stellen mir dann doch zu clean vom Bild. Also er sieht mir zu neu aus. Da hätte ich gern gehabt, dass er da wirklich so ein bisschen auf alt-VHS gemacht wird, weil das hätte mir gar diesen Sog in dieser alten Zeit noch nicht mehr gegeben. Oder habe ich einfach nur ganz schlechte Augen schon in meinem Alter? Beides ist richtig. Ich kann schon verstehen, dass man das geil gefunden hätte, wenn man noch so eine VHS-Optik vielleicht mit eingebaut hätte. Ich glaube aber tatsächlich, mich hätte das genervt. Ähm, weil es war nicht alles gut in den 80ern und einen Film auf einem vernudelten VHS-Band zum achten Mal zu gucken, war auch kein wirklicher Spaß. Ähm, ich hätte es, glaube ich, geil gefunden, wenn sie das so hin und wieder genutzt hätten, zum Beispiel, wenn der Film wirklich voll reingeht, zum Beispiel bei dieser einen Mordsequenz im Videostore. Das hätte ich mir, glaube ich, gefallen lassen, wenn sie dann so einen Griselfilter drüber gelegt hätten, aber an und für sich. Ja, der Film hat einen sehr cleanen Look, aber irgendwie hat es mich nicht gestört. Ich fand es sogar halt stellenweise ganz, ganz interessant, weil er ja durchaus auch Bilder bietet, die dafür nicht so clean sind. Ja, okay, ich weiß wohl, was du meinst jetzt. Ja, ich finde es auch gut. Das wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen zu viel gewesen oder es lenkt, lenkt dann ab oder geht dann doch zu sehr so ein bisschen in die Tarantino-Copycat-Schiene. Weil, was sich die letzten beiden Filme zumindest bestimmt irgendwie hier und da anhören müssen, kann ich mir vorstellen, der macht ja auch viel so mit diesen Super-Acht-Effekten und so weiter und so fort. Und das jetzt da auch noch reinzubringen, na, das reicht schon, wenn die, wenn die Credits-Font so total Super-80s ist und da ist so ein bisschen VHS-Krissle-Effekt drauf tatsächlich gewesen. Irgendwann reiht es nicht auf, Mann. Das ist genug. Dann werden meine Wünsche halt eh nicht immer erfüllt. Aber welcher Wunsch mir auch nicht ganz erfüllt wurde, ist, eigentlich dachte ich, ich kriege jetzt hier so einen richtig schönen Horror-Slasher, es geht ordentlich zur Sache. Ich muss auch sagen, der Gore-Anteil im Film ist ja doch sehr gering, wenn er kommt, finde ich zumindest, ist er ganz gut gemacht. Ist ja eher so für mich ein leichtes Whodunit-Crime-Drama. Welche Erwartungen hattet ihr vorher und was wurde euch da jetzt gegeben, Stu? Also meine Erwartungen eines großen Science-Fiction-Epos wurde nicht nachgegangen. Das ist mir relativ früh aufgefallen. Aber ich dachte, gut, das kann ich immer nach meinen Wünschen gehen. Scheiß Hollywood. Ähm, nee, ich war schon auch überrascht, dass er, er ist jetzt nicht zahm, aber man kann jetzt durchaus sagen, es gibt wirklich ein paar Gewaltspitzen, aber dieser Killer mit den schwarzen Lederhandschuhen, der wird halt auch nur wirklich einmal wirklich explizit gewalttätig. Beispielsweise, man sieht einmal, wie er wirklich mordet und das ist auch wirklich garstig, das ist gory, das ist blättrig. Ähm, das ist auch die Szene, wo ich mir decken würde, ey, da so ein VHS-Griselfilter drübergelegt, das fände ich nochmal geil. Ähm, aber er ist schon, also es passiert tatsächlich weit weniger, in Anführungszeichen, Horrorzeugs, als ich dann auch gedacht habe. Ähm, was für mich dann immer wieder zeigt, okay, der Film versteht sich dann vermutlich, ist dann vielleicht doch eher enger angelehnt an Pearl statt an X, weil X ja auch wirklich so ein Hommage an das alte Kino von damals war und ich finde Maxine ist auch ein Hommage an das 80er Jahre Kino, aber dann doch, ähm, glaube ich, auch noch auf andere Sachen, oder auch für andere Sachen interessiert. Ich kann nicht mehr reden, super leid. Ich wollte gerade sagen, Pearl ist ja jetzt auch nicht so extrem gewesen, was das angeht, da passiert ja auch hier und da mal was, aber so richtig schlimm wird es da auch nie und da ist Maxine schon heftiger. Auch wenn die Gewalt jetzt halt nicht, gar nicht mal hauptsächlich vom Mörder ausgeht, was natürlich auch interessant ist. Also da sind schon, also nur schon so inhaltlich, da sind, da sind halt einfach Sachen, die bleiben im Gedächtnis, auch wenn man jetzt nicht im Detail alles sieht und manchmal sieht man im Detail ein bisschen zu viel dann doch durch. Ja, ich glaube, du meinst diese eine Szene in der Seitengasse, ne? Das, äh, ich meine die Seitengasse und ich meine dann halt die, äh, ganz am Ende. Wobei ich jetzt auch sagen muss, sagen muss, es gibt aber auch ein paar Momente, wenn es nur um die Gewalt geht, wo ich dachte, okay, es wundert mich gerade, dass er da nicht drauf hält. Also gerade bei einer Szene mit einer Autopresse, sag ich mal, äh, war ich schon überrascht, weil, das ist immer noch blutig und er bebildert es auch wirklich ganz, ganz schön und es sind auch Szenen, die man nicht so schnell vergisst. Aber ich hab mich immer gefragt, warum zeigt er diesen einen Kill wirklich komplett ausgespielt und dann gibt es wieder Sachen, die er nur so andeutet. Und es kann mir nicht, es kann nicht daran liegen, weil sie kein Kunstblut mehr zur Verfügung hatten, das muss schon irgendeine bewusste Entscheidung sein. Und als ich jetzt darüber nachgedacht habe, ist mir halt aufgefallen, dass der Film zwar auch Gewalt an Frauen zeigt, aber diese ganz harten Gewaltausbrüche, die bekommen immer nur Männer ab. Du siehst halt auch Leichen, also auch tote Frauen, aber du siehst nie, wie die zu Leichen gemacht worden sind, um es mal ganz komisch auszudrücken. Hingegen siehst du ganz oft Gewalt gegen Männer. Und das möchte ich jetzt nicht als Kritik verstanden wissen, das ist mir nur aufgefallen. Bei der Gewalt zum Beispiel auch, finde ich, wenn die Gewaltspitzen kommen, sind auch so, ja, comichaft übertrieben. Also man kann ja nicht sagen, klar, das wird genauso passieren, wenn ich das mal versuchen würde. Was ich keinem empfehle, es könnte Ärger geben. Auf jeden Fall, aber es ist schon sehr hart ins Comichafte, wo man sich dann auch denkt, ist da vielleicht doch eher, dass es dann doch mit dem Augenzwinkern gesehen werden kann. Also gerade für Leute, die eher so Goa-Bauern sind, die gucken jetzt an und sagen, okay, das ist so geil übertrieben, das fahre ich schon. Aber ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh, da grusel ich mich jetzt, oder da ist jetzt so ein richtiger Schauder. Also ich fand das dann auch eher als Entertainment, als Unterhaltung, die Szenen. Und sagen, auch geil gemacht, aber wirklich Horror ist da. Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist kein Horrorfilm und der ist auch als Schüller noch gar nicht mal so richtig angelegt, weil, ohne es böse zu meinen, aber es gibt jetzt wirklich keinen so nicht spannenden Moment in dem Film, fand ich zumindest, so sieht ihr das anders. Oh, das Spannende fand ich gerade, was du schon erwähnt hast, die Szene in der Bibliothek. Die ist ja so ein bisschen auch, also allgemein ist das Jallu-mäßig. Ja, aber das war halt so ein bisschen as usual. Also jeder, der schon mal so einen halben Jallu gesehen hat, wusste, was da passiert. Das war ja auch ganz klar eine Hommage an dieses Subgenre. Aber klar, du hast so, dann steigt der Killer halt mal kurz hinterher. Aber zum einen, finde ich, wird das spannungstechnisch nicht so lange ausgespielt. Das geht ja relativ schnell zur Sache. Und es ist jetzt auch nicht so, zumindest für mich, dass der Film so eine Grundspannung hätte. Also natürlich möchte ich schon wissen, wie es ausgeht und was mit Maxine und ihren Kollegen und Freunden da alles passiert. Aber es ist jetzt kein Nägelkauer. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da angespannt auf meinem Kinosessel saß und gebannt war, oh, was passiert als nächstes? Weil, also das war es für mich gar nicht. Ich hatte die ganze Zeit so ein whodunit-Feeling, weil ich wollte halt wissen, ich habe lange überlegt immer, wir könnten jetzt der Mörder sein, der Handschuhträger. Und da dachte ich, also da kam ich nicht sofort drauf. Oder ich bin ganz ehrlich, ich kam einfach gar nicht drauf bis zum Ende. Also mir war es relativ klar, einfach weil ich davor noch ein bisschen was gelesen hatte zu den Vorgängern. Und wie der Film halt, also wie Maxine halt anfängt, war mir ja klar, okay, da kommt noch irgendwas mit ihrer Vergangenheit. Und das muss man auch mal sagen, also ich wollte jetzt nicht verraten, wer der Killer ist oder was die Killer sind. Aber es ist halt schon eine Auflösung. Das ist wirklich Groschenroman. Ich meine, es ist auch beabsichtigt, wie alles an diesem Film. Also wenn dieser Film irgendwas macht, was seltsam erscheint, dann will er das mit Absicht machen. Da bin ich sehr von überzeugt. Und die Auflösung ist halt wirklich, ist halt schrottig eigentlich. Aber das macht sie dann auch irgendwie charmant. Das ist jetzt kein Glass Onion oder so, wo dann wirklich, oh, okay, das macht ja alles Sinn. Das ist einfach, das ist wirklich Camp, wie es das schon heißt. Richtig, also ich mag das Wort nicht, aber es ist schon Trash. Aber im guten Sinne, im unterhaltsamen Sinne. Ich hatte mit der Auflösung echt eine Menge Spaß. Aber ihr dürft ja wirklich nicht erwarten, dass ihr dann da sitzt und sagt, Heureka, das ist der Killer-Wahnsinn. Das ist ja, wow. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich die letzten 90 Minuten mich zurückerinnere, das macht ja alles, das baut ja alles aufeinander auf. Nee, das ist es nicht. Es ist wirklich sehr einfach gehalten. Nee, und mit dieser Comic-Haftigkeit von der Gewalt halt auch, wollte ich dazu noch sagen, dass, naja, die Figuren sind ja auch alle total überzeichnete Cartoons eigentlich. Das fängt bei Kevin Bacons hier Privatdetektiv an, der großartig ist, aber den absolut niemand in einen ernsten Straight-and-Thriller so setzen würde. Und die beiden FBI-Agenten zum Beispiel, die auch komplette Cartoons sind, passen halt dann irgendwie dazu. Die werden halt eingeführt, denkst du, okay, das ist so eine Sub-Sub-Handlung, aber folgen wir noch denen. Aber die tauchen ja immer mal hier mal auf, mal da mal auf, aber nicht so, dass du wirklich das Gefühl hast, dass die wirklich ein essenzieller Teil zur Handlung sind. Und dann, also, das fand ich aber auch ganz, ganz spannend. Und ich muss auch sagen, Kevin Bacon, ja, ist immer toll, gar keine Frage, aber ich finde halt, dass der Film bei einer Figur auch es wieder schafft, was er, was Herr West auch eigentlich immer gemacht hat in seinen Filmen, nämlich mit unseren Erwartungen zu spielen. Denn wir haben hier noch diesen Giancarlo Esposito, ja, in einer ganz famosen Rolle, mit einer ganz famosen Frisur. Also ich dachte, Ed Harrison auf Life's Bleeding gewinnt die Frisuren aus dieses Jahr, aber Giancarlo, du bist ihm auf der, du könntest es nicht noch schaffen. Und der spielt halt den Agenten von Maxine und der wirkte halt, also auf mich zu Beginn, wie so ein richtig schmieriger Agent, der einfach eigentlich nichts geschissen bekommt. Weißt du, der die ganze Zeit sagt so, ja, du wirst es mal groß bringen und glaub mir, ich kenne die Kontakte, ich regle das. Und dann kommt aber irgendwann im Film halt raus, dass der wirklich seinen Job gut versteht und dass der wirklich seine Connections hat und dass der wirklich für sie alles macht. Und das ist so ein Ding, dass ich bei den, bei dieser Maxine-Trategie wirklich liebe, dass der Terrorist immer wieder mit meinen Erwartungen spielt, dass er sie bedient, dass er sie durchbricht, dass er sie umkehrt, das macht er ganz häufig und das ist so ein Paradebeispiel. Und das, das ist glaube ich mit auch für mich vielleicht die Hauptattraktion dieser Trilogie, dieses Spiel mit meinen Erwartungen. Wo du gerade schon mal anfängst mit Esposito. Aber ich finde auch, na klar, Mia Goss, von jedem Zweifel her haben, die spielt wieder herausragend. Also nach wenigen Minuten hat sie ja wieder eine Szene. Wenn das jetzt nicht doch in diese Horror-Thriller-Ecke geschoben wird, dann wäre das auch Oscar-Verse, weil es gibt Leute, die kriegen für andere Schauspiel in anderen Filmen, die das gleiche machen nur, kriegen die halt einen Oscar. Aber auch die Nebendarsteller, ich fand die alle top. Also da ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, der war jetzt schlecht oder hat jetzt nicht gepasst. Und wie seht ihr das? Ja, absolut. Voll dabei. Ich fand alle fantastisch. Wie gesagt, Michelle Monaghan, Bobby, Kenny Vardas, diese beiden Cop-Star, ja, die können jetzt auch nicht, also die haben wenig Zeit, um zu dancen. Giancarlo Esposito hat da ein bisschen mehr Zeit, Kevin Bacon genauso. Der ist schon halt echt hochklassig besetzt, aber man muss auch ganz klar sagen, das ist eine Mia Goff-Show. Allein ihre erste größere Szene in dem Film, wo sie halt dieses Vorsprechen hat, ist halt toll, weil sie da auch teilweise so ein bisschen auch den Endmonolog aus Pearl spiegelt. Das ist einer der Endmonologe, den sie da hält, der für mich, glaube ich, echt immer auch das absolute Mega-Highlight ist, dieser Trilogie, dieser Monolog, den Mia Goff da abhält. Und die ist wirklich großartig. Oscar-Wervey, boah, ja, kann, also ich meine, Horrorfilme sind eh unterpräsentiert bei den Oscars, aber das ist auf jeden Fall eine starke Performance, die hat mich auch echt umgehauen. Vor allem, sie kann es so gut switchen halt einfach. Also sie kann so gut diese Maxine Minx so auf den Alltagsmodus umswitchen in den Star-Modus. Das gefällt mir echt ganz gut. Genau wie wir, sie ist halt ein Profi. Okay, was habe ich hier noch auf meiner riesenlangen Liste? Zum Beispiel die ganzen Anspielungen. Der Film ist ja damit überflutet an Filmanspielungen. Und ich muss sagen, ich habe mir eine rausgenommen jetzt hier, die ich richtig cool fand, die jetzt beim Recherchieren einfach gesehen habe, gar nicht in die 80er passt, weil es schon 90er ist, nämlich die Plansequenz von Goodfellas. In dem Film kommt ja auch eine relativ lange Plansequenz vor. Ey, die fand ich herausragend. Da hatte ich richtig Spaß. Ja, also wobei man sagen muss, Goodfellas ist ja nicht der erste Film. Der, der am meisten im Gedächtnis bleibt, finde ich. Ja, also es gibt schon, also es ist eine großartige Plansequenz, gar keine Frage, aber ich glaube, es gab davor schon einige mehr. Also von daher ist es jetzt für mich jetzt kein Anachronismus, Anachronismus, wie heißt das? Rino, helf mir, wie heißt das? Dankeschön. Anachronismus. Nee, also stimmt, der hat wirklich natürlich ganz viele Anspielungen, ob für groß, ob klein, ob jetzt Genre-Experte oder nicht. Ich muss sagen, es ist, ich fand es halt echt zum Beispiel total nett als großer Fan des Films Psychos, dass sie da das Haus noch mit einbringen. Es gibt ja einen Moment, wo der Privatdetektiv an diesem Haus steht und jeder, der Psycho kennt, weiß ja, dass es in dem Haus, an einem Treppenhaus von Norman Bates Wohnhaus, eine sehr schöne Szene gibt auch mit der Mutter von Norman Bates und dem Privatdetektiv Arbogast. Und ich dachte, dass sie das jetzt irgendwie nochmal referenzieren oder so, das machen sie dann leider nicht. Und ich muss auch sagen, warum war dieses Haus letztlich da? Es ist halt einfach nur da, um ihr so eine Art Flashback zu geben zu Ex, also zu den Vorfällen, die sie da hatte auf dieser Farm. Aber gerade, wenn du so ein ikonisches Ding hast wie dieses Haus, dann mach es halt, mach mal irgendwas, dann mach halt was Anständiges damit. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, ist es ganz nett und mich als Fan des Psycho-Films und Hitchcock freut es auch ganz gerne, dass es da hinkommt, aber sie haben nichts wirklich damit gemacht und ich muss allgemein sagen, der Film für mich hat schon funktioniert in Gänze, aber mein Problem war, dass er so nichts wirklich durchgehend richtig gemacht hat für mein Empfinden. Er hat immer nie so ganz 100% gegeben, es war hier mal 80, hier mal 60 und das hat mich dann schon ein bisschen ernüchtert. Das passt besser. Rino, wie war das bei dir mit den Anspielungen? Ich hab wahrscheinlich irgendwie 500 davon verpasst, aber viel spannender fand ich halt die Anspielungen in die Universe auf die anderen Filme, die da super gut drin verwoben sind und sei es halt einfach nur so eine Kleinigkeit, wie das einmal im Fernsehen ein Krokodil zu sehen ist, was natürlich überhaupt nichts bedeutet, wenn man den Rest nicht kennt, aber wenn man Pearl und X gesehen hat, dann haben Krokodile ganz andere Bedeutung plötzlich. Und damit ist er halt voll, auch wie Pearl ja auch schon voll war und die sich zusammen immer irgendwie so zusammen zitieren, dadurch gibt das irgendwie so ein rundes Ganzes in diesen drei Filmen zusammen, auch wenn Pearl da voll rausfällt, weil er halt mit anderen Figuren ist, aber es sind ja eigentlich nicht andere Figuren. Symbolisch, metaphorisch sind die ja, sind das die gleichen Figuren. Und das finde ich halt so in dem Grad ist das schon, sieht man das eigentlich selten in anderen Sachen. Fand ich super erfrischend, fand ich auch immer, wenn man wieder was Kleines entdeckt, dann kannst du halt wie Leonardo die Karte rumgeschrieben hat. Genau da, da, da. Ein paar Mal passiert auf jeden Fall. Genau deswegen lasse ich mir im Kino niemals Fußmassagen verpassen. Okay, ähm, ja. Ich hab grad Filmkino. Ich weiß nicht, was, was gab's denn noch, gab's irgendwelche super offensichtlichen Anspielungen noch auf andere Filme, die, die ich jetzt verpasst hab? Außer dem Psycho-Haus, was natürlich eben, bin ich auch, weißt du, war cool, das da zu sehen, hat auch irgendwie Sinn gemacht mit dem Mutter-Ding irgendwie und, ne, alte Frau, die eine Mörderin ist und so, ähm, aber, aber hätte auch jedes andere Haus sein können, natürlich. Ist halt, weil das in Hollywood steht und die jetzt da sind. Ja, also ganz da, die Uniform des Killers ist halt ganz tatsächlich Jarlow mit diesen schwarzen Handschuhen und dem, ne, das, das ist ganz da. Das Jarlow natürlich, das hab ich auch gecheckt. Ich dachte auch kurz so, dass der Film so ein bisschen in die Richtung geht von Brian De Palma's Dress to Kill, ähm, ähm, ja, und, dann gibt's doch ein paar Anspielungen mit diesem, diesen, diesen Horrorfilm, aber, wie gesagt, äh, muss man sagen, wenn der jetzt da reingeht und hofft da irgendwie eine Anspielung zu finden auf, äh, bekannte Horrorfilme wie, wie Shining oder Halloween, das sind tatsächlich eher Anspielungen auf nicht ganz so massenkompatible Titel, halt eben wie, der heißt Jarlow Kino oder halt, äh, Slasher aus der zweiten, dritten Reihe aus den 70er und 80er Jahren. Also viel De Palma kommt halt auch gerade vom Kameralook anfangs auch vor. Also, das war auffällig. Und dieses Puritan 2, oh Gott, was haben sie mir da erzählt? Ja, Satanic Panic, ne, dass da gerade auch diese Dinger verbunden werden können. Das war halt auch supergeiles Setting irgendwie, einfach schon am Anfang. Das hat sehr resoniert mit mir, wo sie auch die ganzen, äh, Heavy-Metal-Leute in den Interviews haben, Dee-Snyder und so von Twisted Sister, der sich irgendwie verteidigen muss über den, äh, ganzen Schund, den sie da verbreiten und unter die Kinder bringen, genau wie das heute die Filmemacher tun. Für mich war es auch ein ganz rundes Ding, aber bevor ich jetzt dann rumkomme, habt ihr noch was, bevor wir zum Fazit kommen, was unbedingt hier rein muss? Ich bin halt immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich den Film jetzt echt nicht schlecht fand, aber ich fand halt ihn, weiß nicht, mich hat er nicht so durchgängig mitreißen können. Also, ich fand zum Beispiel ein Pearl einfach spannender und, äh, nach dem Ende von Maxine saß ich da auch im Kien und dachte, okay, das ist ein netter Abschluss, aber ich glaube, tatsächlich rückblickend wird Maxine der Film sein aus der Reihe, der bei mir, glaube ich, am wenigsten Eindruck hinterlassen hat, auch wenn ich ihn in Gänze nicht schlecht fand. Ja, war es denn ein guter Abschluss beziehungsweise war es überhaupt ein Abschluss? Fühlt sich das jetzt an wie eine runde Trilogie-Sache und das war's? Oder wenn er sich das irgendwie überlegt, vielleicht der Tyrus, dass er dafür noch was macht irgendwann, was meint ihr? Ja, möglich ist alles und das Problem ist, er hat wohl schon gesagt, er guckt jetzt, wie, äh, der Film jetzt ausfällt und er hätte schon noch Ideen für noch einen vierten Film. Okay, genau, so hat es sich für mich nämlich auch irgendwie angefühlt. Es war jetzt nicht so und damit ist der Kreis irgendwie geschlossen und alles ist, alles ist durch und rund. Es ist auch nicht, dass jetzt gezielt irgendwie nochmal was offengelassen wird und auf Cliffhanger, bla, 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 solche Geschichten, das überhaupt nicht, aber irgendwie ist er halt durchaus noch Platz, habe ich das Gefühl. Was ich halt auch ganz spannend finde, ist quasi, ähm, Pearl bringt ja auch Leute um, äh, um ihren Traum zu schützen, aber auch um ihren Traum wahrzumachen und es gelingt ihr nicht und Maxine, das kann man verraten, die bringt niemanden um, aber bei der sterben halt die richtigen Leute, nicht mal so auszudrücken. Äh, das, das finde ich ist auch noch eine schöne, schöne Gleichung. Allgemein, also diese drei Filme bieten echt wirklich viel Material, um da auch so ein bisschen reinzutauchen, um so in die Tiefe zu gehen. Also ich fand bei X zum Beispiel schon großartig, der Film fängt an mit so einem Schrott und du denkst, okay, ja, 4 zu 3 haben wir jetzt schon bei, äh, zum Beispiel der Leuchtturm gehabt, das war ja gerade so die Phase, wo, wo anspruchsvolles Kilo in 4 zu 3 war und dann dachtest du an, okay, der will das halt eben so machen, wie damals Filme aussehen, aber dann öffnet sich halt diese Stalltür und dann siehst du, das war gar kein normaler Rahmen, das war nur die Stalltür und die Kamera geht so raus und das zeigt das ganze Panorama und das hattest du hier auch wieder, wenn sich die Studiotüren, äh, aufmachen, ähm, da waren echt schon viele Anspiel, also ich fand die Anspielung auf andere Filme war nett, aber ich fand halt die Anspielung auf die eigene, auf die eigene Natur, auf die, auf das, auf die eigenen Wurzeln fand ich auch echt interessant, weil ich glaube halt wirklich, dass da ganz viel drin steckt, ähm, was man noch behandeln kann, worüber man nachdenken kann, weil nur so als reiner Genrefilm ist das ein netter Zeitvertreib, nicht mehr, nicht weniger, zumindest für mich, aber das, aber er geht halt schon die extra Meile, was so seine Interpretationsspielraum angeht, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich muss auch sagen, ich glaube, wenn der jetzt irgendwann mal dann, äh, komplett raus sein sollte, halt auch auf Blu-Ray oder irgendwo im Streaming, auf VHS, Beta Max, bitte, alles andere ist, und, okay, Al Bundy, hey, ich habe sechs Touchdown geschafft, aber dann kam man auf, war das nicht gegen Paukei, äh, nee, aber dann kann man auf jeden Fall, glaube ich, nochmal richtig in Ruhe nochmal alles durchgucken und ich glaube, da fehlt immer noch so viele Kleinigkeiten auf die alten Anspielungen aus den anderen Teilen, ähm, das ist wie so ein filmisches Sammelbild, äh, Wimmelbild, nicht Sammelbild, Wimmelbild, und ich habe da richtig Bock zu, wenn die Dinger draußen sind. nicht außerhalb Kontext zitieren, bitte. Ja. Aber dann würde ich sagen, wir kommen zum Fasted, Jungs. Ja, Rino gibt eine 4 von 5, ich gebe eine 3 von 5, was warst du? Nein. Komm, Rino, hau du zuerst raus. Für mich steht und fällt das Ding mit dem, mit dem Setting, ich finde diese Ära, die hier behandelt wird, total geil, habe ich halt, ist auch die einzige, wo ich persönlich einen Bezug zu habe, vielleicht liegt es daran, ich finde aber auch einfach diesen, äh, Sleaze, Satanic Panic, äh, Jallo, Dings, das hat mit mir total resoniert, ich, äh, fand Mia Goth hier, in der Rolle, in der Version, in der, der, äh, Inkarnation von, von Maxine, absolut fantastisch, und, äh, ist für mich daher, äh, die, die güldene Mitte, glaube ich, von der Trilogie bisher. Ich finde, Pearl würde ich ganz nach oben stellen, fand ich einfach absolut fantastisch, weil es auch super, super ungewohnt und, und, äh, kreativ war. Äh, ich finde, Ex ist von daher, ist für mich quasi der, der herkömmlichste von allen dreien, und, äh, ich hatte, ich hatte einfach an dem, an dem Setting Spaß, ich hatte an den überzogenen Figuren Spaß, ich hatte an der Gewalt Spaß, ja, äh, klare Empfehlung, so oder so. Ja, also ich würde ihn auch empfehlen, gerade wenn man die Vorgänger mochte, wenn man mit denen nichts anfangen konnte, dann würde man auch Maxine nicht glücklich werden. Äh, ich, äh, wie gesagt, ich finde, der hat viele, echt starke Ideen und Einfälle, und geht in sehr viele interessante Richtungen, aber nichts davon macht er so richtig komplett, für mich zumindest. Äh, nichtsdestotrotz hatte ich auch eine gute Zeit, äh, möchte die Sichtung nicht missen, äh, würde den innerhalb der Tätologie auch so positionieren wie Reno, das heißt, Pearl ist für mich da auch immer noch das, das Meisterstück, da kommt auch Maxine nicht dran, ähm, aber, ja, guter Genrefilm, der dann in der Hinterhand da noch mehr zu bieten hat, äh, was genau, das kann ich jetzt noch nicht so richtig fassen, aber es ist einiges, und, äh, freue mich auf eine Zweitsichtung innerhalb der nächsten 1, 2 Jahre, vielleicht dann auch mal in Gänze mit der ganzen Trilogie, ich bin mal gespannt, wie das, äh, so wirkt, wenn man hier so back to back guckt, ja, äh, da bin ich gespannt drauf, und definitiv Empfehlungen, auch wenn ich finde, das ist jetzt kein Meisterstück wie Pearl. Ich kann mich an vielen bei euch anschließen, äh, ich fühle ihn, glaube ich, aber trotzdem noch besser als ihr beide, ähm, ich war so richtig reingezogen, wirklich in dieses 80s-Feeling, ich hatte Spaß, äh, dass ich auf Gewalt stehe, sollte auch keinem mehr ein Geheimnis sein, der immer ein, zwei Podcasts gehört hat, wo ich bei dabei war, äh, ich hatte durchgehend ein Grinsen im Gesicht, und war unterhalten, das ist für mich die perfekte Unterhaltung gewesen, ähm, und ich glaube, ich habe rausgehört, ich müsste auf jeden Fall Pearl noch mal rewatchen, wie ich jetzt mitgekriegt habe, aber im Moment ist für mich das, äh, die Speerspitze von den drei Filmen, und eine ganz klare Empfehlung, halt wer, wer ein bisschen auf Gewaltspitzen steht, dann noch eine lustige Zeit haben will, und dem ist auch mal egal, wenn es ein bisschen spratzig ist, und sich darüber freut, der hat hier definitiv Spaß, ne, und die Musik, ich habe die ganze Zeit mitgewippt mit den Füßen, ich war, ich war, ich war, ich war in the Zone, ähm, das von, von mir auf jeden Fall, aber wo ihr noch viel gerne an Scheiß die ganze Zeit kriegt, ist natürlich auch bei unseren anderen Podcasts, und die gibt es halt überall, wo es Podcasts und Likes gibt, da könnt ihr euch dann uns auch folgen, uns liken, kommentieren, ähm, wie ihr wollt, und natürlich auch eine Internetseite, nämlich www.tele-stammtisch.de, da kann man auch die Podcasts alle auf einmal gesammelt, nochmal nachschauen, und wir finden auch wieder mal ein paar geile Linspiele, und seit neuestem, was auch jetzt halb gelogen ist, schon etwas länger, haben wir auch einen Discord-Server, da könnt ihr euren Senf zu unserem Podcast geben, und zu vielen, vielen anderen schönen Themen, da ist auch immer ordentlich Action, und wir sind da auch öfter vertreten, ich habe heute erfahren, ich anscheinend nicht ganz so oft wie alle anderen, aber, äh, auch da, ähm, ja, ich sag jetzt schon mal Schüss, die letzten Worte sind natürlich für die beiden Gäste, die auch nochmal Werbung machen können für sich, wenn sie wollen, aber wer die kennt, weiß, wo sie zu finden sind, äh, dann gebe ich mal ab, erst mal ans Du. Ja, Fliesenmanufraktur Sto, ihre Bartfliesen, Premium-Ware, bei Fliesenmanufraktur Sto, jetzt besuchen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Ja, und wer Bock hat auf mehr Satanic Panic, äh, Heavy Metal Scheiß und Artwork-Kram, das gibt's bei mir auf Instagram, das ist bei at rinopelli, und ansonsten, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.